Herzlich Willkommen mit Knips nach draußen zum neuen Video. Heute spielen wir, was spielen wir gerade? Dirt Rally. Dirt Rally. Ich habe bis sage und schreibe zwei Minuten gespielt. Außer Virus ist Meister, das will ich noch dazu sagen. Der kann alles. Der kann alles. Kannst du jetzt hier das Auto auswählen, Digga. Ich bin jetzt bereit. Wie, wir können Autos, können wir noch Autos wechseln? Ja, da ist halt unten. Was? Bereit sein abbrechen. Muss ich auf mich klicken oder was? Ach, Fahrzeug wechseln. Aha. Virus, weißt du, mit so einer Scheiße brauchst du uns gar nicht kommen hier. Ja, Fahrzeug wechseln. Ja, geht ja nicht, wenn wir kein Geld haben. Ja, leihen, leihen. Du kannst doch leihen. Leihen, ja. Ach, Leihgebühr, okay. Okay, wir haben 50.000, alles klar. Okay. Nehme ich den? Also wiegen hier alle das gleiche? Kann man da Wäsche gehen, wenn du kommst? Na ja, der Subaru muss glaube ich mehr wiegen als der Geschore. Ne, guck mal, der Subaru wiegt 1200. Der Mini wiegt 1100, aber sonst wiegen alle 1200. Ich glaube, ich entscheide mich wieder für'n Ford. Bei mir geht es gar nicht. Ja. Oder ich nehm den. Wo steh'n da Fahrzeug auswählen? Ypsilon. Ypsilon. Ah. Was heißt denn vorne Boxer 4 und vorne Reihe 4? Virus, erzähl uns das mal. Polo, Mini, Subaru. Oh, können wir einfach anfangen bitte? Ja? Ich fertig machen. Okay, ich hab mein Auto. Habt ihr alle die Holzsacke geguckt? Ich hab die Holzsacke geguckt. Nein, habt ihr nicht. Klar, 8-2, Alter. Ja. Oh, weil ich es euch geschrieben hab. Nein, das hab ich gesehen. Ah, hier, guck ihn dir an. Der Junior, wir haben Autogeschmack, sagen wir. Alter, wir haben das Spiel alle noch nicht gespielt. Das ist das erste Mal online. Außer Virus. Virus ist der Meister. Der sitzt jetzt in seinem Rennseed. Ja. Für 2000 Euro. Hast du wirklich so'n Ding, oder was? Ja. Bist du behindert, Junge. Ja. Barton ist ja schon schön. Okay, was machen wir? An Rennen teilnehmen. Oh, Fahrzeug Setup. Oh, 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 oh. Geht glaub ich nicht. Doch, geht. Hör auf zu lügen. Dann machen wir mal die Volkswagen Collection gegen diese scheiß japanische Scheiße da. Ey, geht mal auf Event-Informationen und guckt euch mal die Strecke an, das ist ein Penis. Das Rennen startet in... 5... 4... 3... 2... 1... 0... Oh, scheiße, ich hab noch nichts eingestellt. Oh nein. Oh nein, es regnet Virus, muss das sein. Oh, Regen. Nein, 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 nein. Ich mach euch an. Ich hab hinten voll die geilen zwei Lüfter, Alter. Jeder ist drin hängen. Oh, der fällt mir voll hinten rein. Ne, muss ich... Muss ich nicht hier rum? Da ist der andere Blase. Ich bin der Billy. Ah, der andere Subaru. Schwein. Alter, ist das miese Pisse. Boah. Der Regen fährt ja schon. Gibt's auch Chaoper-Lads und so, ne? Boah. Straf mal dafür. Na, der Kacke. Ey! Schwein. Boah. Hahaha. Ich weiß nicht, ob ich hier richtig fahre. So ne... Paar Schilder werden gesagt. Hallo, du Rektau, Junge. Alter, weiter. Du wolltest so schön auf die Kurve herumtriffen, ey. Alter, bei Regen ist ja richtig scheiße zu fahren. Super. Hat der Alex schon recht gezüchtet? Alter. Weil du mich weggeschubst hast. Ich war ja Alex inspirant. Ja, ich mach das nämlich mit Gefühl. Also, was du mit Gefühl machst, ist ja ne... Ja. Flasche wixen. Das ist richtig schön. Ja. Oh, hier bin ich immer viel zu schnell. Aaaah. Alter. Das ist echt... Das ist echt kein Vergleich zu GRID. Das hier ist das richtig harte Simulation. Das kannst du schon mit Project Cars vergleichen, ey. Das ist richtig. Das ist richtig. Hier muss man einfach mal ein bisschen gemütlicher. Und das Gaspedal nicht ganz durchdrücken. Alter, das ist echt derbe, wie weit man hier teilweise rutscht. Wo ist denn die Handbremse? Rot. Auf rot. Na, wenn bin ich, kann man einfach nicht fahren. Oh, zu hart die Handbremse. Zu hart! Na, ich glaub ich komm langsam wieder am Alex ran. Oh, ich hab grad FPS Drops. Alter, meine Karre bricht voll aus. Aber wie? Ich hätt mal lieber auf den Focus gefahren. Ich überleg grad privat mir nen Focus zu kaufen. Echt? Ja, aber kein... Kommi. Echt Team. Nimm den Joker, das ist die letzte Runde. Was soll ich... Äh, was? Nimm den Joker. Naja, die lange da... Da wo's Monsterding drin steht. Ja, und warum Joker? Joker Lab ist es immer so. Da muss man mindestens einmal nehmen. Ich hab selber Schocken damit. Oh, das sagst du uns jetzt, du Pisser? Wo kann ich denn das nehmen? Hab's vorhin gesagt. Hä, hast du gar nicht gesagt! Wo muss man denn das nehmen? Also wo denn, wann denn? Das ist so grün-schwarz gestrichelt. Ach so, ich hab schon. Wo ist denn das gestrichelt? An der Strecke am Anfang? Ja, ja. Heißt das, ich muss jetzt nochmal da rumfahren oder was? Ja. Obwohl ich die letzte Runde da in mir habe? Ja. Oh, F***. Du musst den Benimum einmal nehmen. Oh, ich kann das nehmen. Event abgeschlossen. Aber ich hab den Joker nicht genommen. Ne? Okay. Krieg ich dann irgendwie Strafzeit oben drauf oder sowas? Ja, guck dir das mal an. Ich bin jetzt unter dir. Weil ich den Joker nicht hab. Ja! Strafe von 30 Sekunden gekriegt, du Pisser! Alter! Das hat er vorher nicht gesagt. Hat er auch nicht gesagt. Ich hab auch 30 Sekunden gekriegt. Ihr Wichser, Alter. Ja. Da bin ich so was an sich. Warum hab ich denn... Alter. Ja, das ist wie bei... Weißt du? Der Virus, der kann nur so gewinnen. Äh. Ja. Ja, ja. Das ist wie bei Daisy damals. Da hinten steht er. Pum, pum, jawohl. Pum. Ey, Jungs. Aber ich hätte auf Daisy auch mal wieder Bock, ey. Ganz ehrlich. Standalone oder? Keine Ahnung. Was haben wir denn früher gespielt? Hier und was hilft denn die Prämie gerade von 3200 Backen, wenn man 1500 für die Leihgebühren bezahlen darf? Ja. Ja, seid doch froh. Reparaturen und so aus kosten auch noch 4000. Ach, Reparaturen. Du, mein Auto demoliert das, musst du das zahlen, ey. Alter, ich steh da und der kommt da reingeknallt mit seinem Heck. Ich will mich nochmal und nochmal. Und der kommt hier und schubst mich auch nochmal hin. Du, du kommst ja gerade aus dem Koffe rausgeschossen. So, jetzt guck ich mir das aber an hier. Event-Informationen. Ach, da ist der Bonus. Aha, man muss um das Monster Energy einmal rum. Aha. So, und jetzt Einstellungen. Warum? Ne, äh, wo ist denn das? Fahrzeug-Setup. Oben steht die Zeit, jetzt hab ich's gesehen. Started in 6 Sekunden. 5. Ja. 3. 3. 2. 1. Alex. Ah, ihr Loser. Ah, wieder nichts vernünftig eingestellt. Ich musste lesen, ich musste lesen. Oh, ey, kannst du mal das Regen ausmachen? Das ist zu kurz. 3. 3. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 5. 7. 5. 11. 워요 die die Item-Mode noch Sonne. 19. 21. 23. Alter, mein Karrer, ich schalte nicht mehr richtig. Alex, lass den Meister vorbei! Ich klopp gleich voll auf die Bremse, ich schwör's. Du bist gestern bei dem Bösen. Beim Loki, oder? Lodgy. Nee, ist der Loki von Marius, Rensche. Nee, der wird Loki gestiegen. Ja, ich weiß. Weißt du, so'n scheiß Holzbrett, der bleibt ja stehen. Da fahr' ich mir überhaupt nur durch, ey. Die scheiß Holzacker-Bomb. Willi mich auch noch eingeholt, so'n lächerliche. Geh mal dein Polo weg hier. Oh, Alter. Was jetzt auf die Bremse drückt? Blöde Sau. Du bist so'ne blöde Sau. Ich rasiere dich, Alter, ich rasiere dich. Oh, jetzt hab ich mich selber rasiert. Ach, kacke, Alter. Bin echt dumm, ey. Boah, geht ja hin, der trifft die Kacke. Alter, Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse. Bremse, 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 Gas. Gas, Gas, Gas. Kurz Gas. Alter, das ist so übel. Soll ich euch mal Bremse und Gas einfüßen? Vollgas. Na, Scheiße. Na, Witze! Oh, jetzt hoffe ich, dass du mehr Strafzeit gekriegt hast für die Scheiße, die du angerichtet hast. Ich hab gar keine Strafe gekriegt. Wofür gab's denn vorhin die Strafe? Du hast den Joker nicht verpasst. Den Joker, entschuldigen Sie. So, aber warum... Was ist der Blitz da bei, äh, Hibili? Schnell zur Runde. Dass der einfach zu off-crashed. Nee, er hat die schnell zur Runde, aber ich bin MVP. Pfff. Oh, drei Sekundenstelle! Werden alle in der Joker-Lab neiddonnen, ne? Ja, aber dieser Joker... Der Joker ist ne ganz komische Nummer, ey. Dass man sowas machen muss. Bei Cari war ganz schön platt, ey. Ach so, die Mietgebühren, äh, sind schon unten abgezogen, hab ich grad gesehen. Okay. Okay, nächste Strecke. Aha, aha, aha. Mal gucken, ob ich jetzt meinen Wagen... Mini. Aha, aha, mhm, Beton. Aha, mhm. Und man muss einmal bei der geraden außen lang. Mhm, aha. Das ist jetzt ein Wal, ja? Mit langen... Hinterer Flosse-Penis. Warum steht hier nur Warte auf Spieler? Woher wissen wir... Also, warum können wir Virus nicht fertig machen? Dass er den langsamsten Rechner hat. Wenn wir da schnell noch warten... ... ... ... ... ... So. Ein Tag, Regen. Schon wieder Regen? Reingeht's? Ja, das ist wahrscheinlich so eingestellt wegen. Oder ist das Zufall, Virus? Ja, das ist Zufall. Jaja, das stimmt. Also sonst wie ich immer da online gefahren bin mit dem Carmbaker und so, war immer Sonne. Was? Da konntest du dich jetzt entscheiden. Verpiss dich. Du schwein. Ist das ein Faschissner ernst, Alter? So bin ich da jetzt. Hey, mich da schwein. Konntest du jetzt entscheiden, ob du den Joker-Deb nimmst oder nicht? Ich jetzt, ja. Ich hab zu spät gesehen, dass es da grün ist. Ich wusste nicht, wo der Joker anfängt und endet. Und dann bin ich einfach da rein. In mir rein. Boah, ich muss viel sauberer das Gaspedal bedienen. Das ist totale Scheiße hier. Alter. Vor allem durch diese Wasserfinzenkacke. Ah, und hier war die Handbremse gut. Ich komm um die Joker, wenn ich rummeldelecken möchte. Oh Scheiße. Das waren zwei Niese-Unfälle. Dein Nika vorderreifend ist beschädigt, hat die Stimme gesagt. Die Stimme soll aufhören in meinem Kopf. Da wird mich auch erst kaputt. Er wundert mich, dass wir jetzt noch am Platten kamen. Ich hab mein Vorderrad verloren. Ich hab mich auch. Auf dem Decken rutscht mal ganz schön krass. Na komm, fahr rückwärts. Alter, ich muss jetzt immer mit der Handbremse rumziehen. Falsche Richtung, disqualifiziert, Imp. Will der mich verarschen? Hast du irgendwas verpasst? Mir steht bei vollem Tisch. Ey, ich muss noch ne Runde! Ich raste aus. Ja, ich auch. Oh, mein blödes Vorderrad. Ja. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Jetzt versucht der Virus echt noch aufzuholen, ne? Ja, ich bin schon hier, wie er fasst. Verpiss dich. Ach, das schaffe ich glaube ich nicht mehr. Mit Handbremse funktioniert es gut. Von der beim Chefs Ziel. Ja, die Kisten musst du richtig driften lassen. Oh yeah! Aber da krieg ich jetzt Strafe. 100%ig. Von daher kannst du ja noch gewinnen. Ich hab keine Strafe gekriegt. Warum hab ich keine Strafe gekriegt? Ich hab doch meine Karre voll zerwichst. Aber guck mal, Juni fährt die besten Zeiten. Fuck, man. Fuck, man. Anfangen ja, wenn ich einmal... Na, was scheiße. Aber ich muss ehrlich sagen, also das Spiel fordert extrem. Das find ich gut. Ja, aber mehr gibt es da jetzt nicht, ne? Was? Nur diese Strecke? Ja, nur diese Strecke. Hä, nein! Doch, echt? Du hast doch keine Ahnung. Beim PvP-Hörer, ne? Da gibt's ja auch noch das richtige Rallye. Zuschauen? Ja, aber da muss es doch noch mehr geben. Also Rallye fahren. Ja, das ist dann aber nur Zeit. Alle gegeneinander mit Zeit. Ja, aber ist doch okay. Mach doch mal, Juni. Ja, mach doch mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem ersten Video zu Dirt Rallye. Ein zweites folgt gleich. Haut rein. Und bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.